Der Goldpreis hat einen neuen Rekordwert erreicht. Im Studio der Presse ist dazu Beate Lammer. Hallo. Beate, der Generaldirektor der Münze Österreich, Gerhard Stasich, hat im Interview mit der Presse gesagt, langfristig ist Gold ein tolles Investment. Zugleich war eine feinunze Gold aber noch nie so teuer wie jetzt und hat vorübergehend 2.135 US-Dollar gekostet, das sind umgerechnet 1.963 Euro. Wenn Gold jetzt langfristig so ein tolles Investment ist, wie es da sich sagt, das bedeutet, dass der Goldpreis ja dann doch deutlich steigen müsste noch einmal. Wird er das tun? Das ist sehr stark anzunehmen, dass er weiter zum Euro und zum Dollar steigt. Das tut ja auch schon seit Jahrzehnten. Das hat aber auch damit zu tun, dass Euro und Dollar ja abwerten. Und real hält Gold langfristig eigentlich seinen Wert und deswegen kann man sagen, dass es ein tolles Investment ist. Aber ein reales Hoch hat der Goldpreis zuletzt Anfang der 80er Jahre erreicht. Also er müsste jetzt auf ca. 2500 Dollar steigen, damit er wieder ein reales Allzeithoch erreicht. Jetzt gibt es als Gradmester den sogenannten Gold-Wiesenbier- Index. Was ist das genau? Das gibt eben an, wie viele Wiesenbier man beim Münchner Oktoberfest, also wie viele Maßbier man beim Münchner Oktoberfest für eine Feinunze Gold bekommt. Und da zeigt sich im langfristig, das schwankt natürlich stark. Aber es gibt keinen Abwärtstrend, während man für Euro immer weniger Wiesenbier bekommt. Schauen wir uns an, wie sich der Goldpreis im Detail in den vergangenen Jahren entwickelt hat. So richtig bergauf geht es eigentlich erst seit Mitte 2019. Damals hat die Feinunze etwa 1.300 Dollar gekostet, heute sind es 800 Dollar mehr pro Feinunze. Man sagt, hohe Zinsen, die wir ja gerade haben, sind eigentlich Gift für Gold. Warum kann sich der Goldpreis dann trotzdem behaupten? Also die Notenbanken, die EZB und die FED haben erst voriges Jahr mit den Zinserhöhungen begonnen. Und wie man auch auf der Grafik sieht, hat das dem Goldpreis nicht wirklich gut getan. Der hat 2022 einen ziemlichen Durchhänger gehabt. Und dann ist, also heuer gibt es schon länger die Hoffnung, dass die Zinserhöhungen bald zu Ende sind. Das hat dem Goldpreis einen Schub verliehen. Und zuletzt ist diese Hoffnung dann wieder ein bisschen geschwunden, dann ist es wieder runtergegangen und erst jetzt ist sie gestiegen. Also er reagiert schon stark auf die Erwartungen steigender oder fallender Zinsen. Über den Lauf dürfen sich auch all jene freuen, die Bitcoins besitzen. Hier ist der Wert pro Einheit auf 40.000 Dollar geklettert. Auch hier haben wir eine Grafik vorbereitet. Man sieht der Bitcoin, das ist eigentlich sehr volatil, wie es da bergauf und bergab geht mit den Preisen. Das Allzeithoch liegt bei 68.000 Dollar. Im Gegensatz zu Gold geht es beim Bitcoin also wesentlich unruhiger zu. Nach der FTX-Pleite haben einige den Bitcoin totgesagt. Warum hat er dann überlebt? Also totgesagt haben nur Leute, die sich nicht, die Bitcoin nicht verstehen, weil die FTX-Pleite hat eigentlich mit Bitcoin nichts zu tun gehabt, sondern mit dem Kryptosektor, der halt erhebliche Probleme gehabt hat. Bitcoin ist dann in den Sog dieser Angst geraten und ist deswegen so stark gefallen, dass es jetzt wieder steigt. Das hat auch mit dem Vierjahreszyklus zu tun, dem Bitcoin unterliegt. Alle vier Jahre kommt es zu einer Verknappung der Herstellung neuer Bitcoin, das heißt Halving und das nächste Halving-Ereignis ist im April und rund um diese Halving-Ereignisse steigt der Bitcoin-Preis normalerweise an und viele erwarten, dass er das auch diesmal wieder tut. Und der zweite Grund, warum er jetzt so stark steigt, ist die Erwartung, dass in den USA Bitcoin-ETFs, also das sind Fonds auf Bitcoin zugelassen werden und da könnten dann ganz neue Anleger-Schichten in Bitcoin investieren. Sollte man jetzt auch in Bitcoin investieren oder ist der Einstiegspreis schon zu hoch dafür? Man kann immer in Bitcoin investieren, genauso wie man immer in Gold investieren kann. Man muss halt länger halten und man muss halt gerade bei Bitcoin aushalten, dass es volatil ist. Aber langfristig sollte es nach oben gehen. Aber auch bei Gold gilt eben, langfristig soll es zum Euro und zum Dollar aufwerten und den besten Zeitpunkt erwischt man ohnehin nie. Sowohl Gold als auch das digitale Gold, nämlich die Bitcoins werden geschürft, Gold physisch, Bitcoin mehr oder weniger digital, werden diese Ressourcen irgendwann zu Ende gehen? Es kommt darauf an, welche Energie man einsetzt. Es gibt ja auch erneuerbare Energien. Also Solarenergie ist grundsätzlich unbegrenzt und das Bitcoin-Mining geht ja auch immer mehr in Richtung erneuerbare Energien. Und dieser Vorwurf, dass Bitcoin so energieaufwendig ist, das kann man eigentlich an viele andere Sektoren, Branchen auch stellen. Und das kommt aber interessanterweise nur bei Bitcoin. Also zum Beispiel auch Weihnachtsbeleuchtung verbraucht viel Energie, das hinterfragt keiner. Bitcoin verbraucht angeblich so viel Energie wie Wäschetrockner. Auch bei Wäschetrocknern hinterfragt es keiner. Also es kommt halt darauf an, erstens woher die Energie kommt und zweitens wofür es verwendet wird. Und wenn dieses Ding das wert ist, dann ist es im Wert, dass dafür Energie aufgewendet wird. Vielen Dank Beate, wir sprechen gleich noch weiter. Wir schauen jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen des Wirtschaftstages. Mit 62 Prozent im November ist die Inflation in der Türkei weiterhin sehr hoch. Auch die straffere Geldpolitik hat die Teuerungsrate nicht verringert. Ein Faktor, der die Inflation zusätzlich verstärkt hat, war der niedrige Wert der Landeswährung Lira. Er befindet sich weiterhin in der Nähe von historischen Tiefständen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche übernimmt die kalifornische Carmot Therapeutics um rund 2,5 Milliarden Euro. Bezahlt wird für das Unternehmen in bar. Roche will mit dem erworbenen Forschungs- und Entwicklungsportfolio in den Markt um Arzneien gegen Fettleibigkeit einsteigen. Die wichtigsten spanischen Medienunternehmen haben eine Sammelklage gegen den Mutterkonzern von Facebook, WhatsApp und Instagram eingereicht. Vorgeworfen wird der amerikanischen Meta, systematische und massive Nicht-Einhaltung europäischer Datenschutzbestimmungen. Gefordert wird ein Schadensersatz in Höhe von 550 Millionen Euro. Schauen wir noch auf den morgigen Dienstag in Luxemburg. Werden die EU-Erzeugerpreise für den Oktober präsentiert. Warum kann das von relevant sein, Beate? Die Erzeugerpreise sind ein Vorindikator für die Inflation und von der Inflationserwartung hängt es eben auch ab, wie es mit den Zinsen in der Eurozone weitergeht. Also ein ganz wesentlicher Termin morgen. Vielen Dank, Beate. Vielen Dank fürs Zusehen.